Wir sind hier in Augsburg, im Diagnissenkrankenhaus. Augsburg befindet sich in der Nähe von München, Bayern, also im südlichen Teil Deutschlands. Wir sind nicht weit weg von den Alpen. Das Krankenhaus hier ist ein sehr altes, traditionsreiches Haus. Ein größer, typisches Krankenhaus, das sich zurzeit in einer Umbauphase befindet. Während der ersten Umbauphase wurde auch die Heizzentrale erneuert und dabei zwei C65-Mikrogasturbinen installiert. Wir haben hier in der Diagnissenanstalt unser Krankenhaus neu gebaut und modernisiert. Ein wichtiger Baustein war die Energiezentrale, in der die beiden Capstone-Turbinen C65 stehen. Hier sind zwei C65-Mikrogasturbinen zum Einsatz gekommen. Beide sind Hochdruckanlagen. Es sind zweistufige Wärmetauschersysteme aufgebaut. In der ersten Stufe wird Heißwasser bis zu 180 Grad produziert. In der zweiten Stufe wird normales Warmwasser produziert für Heizzwecke. Das Interessante an der Anlage ist sicherlich der Wärmetauscher. Wir haben einen zweistufigen Wärmetauscher, der Heißwasser mit 180 Grad und 15 Grad Druck macht. Und der normales Heizungswasser mit 60, 90 Grad Temperatur macht. Und das ist wirklich eine hervorragende Möglichkeit, die komplette Abgas, die Abgastemperaturen zu nutzen, um dadurch einen sehr, sehr guten Wirkungsgrad von über 80 Prozent zu erreichen. Wir haben in sehr vielen Krankenhäusern in Deutschland Capstone-Mikrogasturbinen installieren können, da die thermische Grundlast naturgemäß in Krankenhäusern einfach vorhanden und gegeben ist. Perfekt für Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Dampferzeugung ist für uns äußerst wichtig, weil unsere Zentralsterilisation und auch unsere Zentralküche mit Dampf betrieben werden. So ist es wichtig gewesen für uns, dass wir ein sehr effizientes System bekommen haben, um den Dampf zu erzeugen. Wir haben die Möglichkeit, durch die Dampferzeugung auch die elektrische Energie mit zu erzeugen. Im Vorfeld für die Berechnungen haben wir die verschiedenen Optionen der Dampferzeugung durchgerechnet und sind zu dem Schluss gekommen, dass die konventionellen Dampferzeugungen ca. 60 Prozent schlechter abschließen als die Erzeugung des Dampfes und Strom mit Capstone-Turbinen. Und wir haben uns dadurch eindeutig für diese Technologie entschieden. Neben der Dampfproduktion wird das Warmwasser im Winter ganz normal zum Heizen genutzt. Im Sommer wird Brauchwasser aufgewärmt. Wir erzeugen eigentlich die Grundlast den Turbinen. Alles, was darüber hinaus thermisch benötigt wird, liefert ein Nahwärmenetz. Im Frühjahr 2010 haben wir unsere Mikrogasturbinen in Betrieb genommen. Wir können sagen, dass die Zuverlässigkeit hervorragend ist. Wir haben fast ununterbrochene Laufzeiten. Wir haben über 8600 Stunden im Jahr, wo die Turbinen laufen. Wir haben eine Stromerzeugung von ca. 800.000 Kilowattstunden im Jahr und sparen uns dadurch den Sockelbetrag von 130.000 Euro pro Kosten im Jahr. Bei so Neubauten ist es natürlich sehr wichtig für uns auch gewesen, die ökologischen Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Und alleine durch die sehr, sehr reine Abgaskwalität der Capstone-Turbinen war es uns leicht, hier mitten im Innenstadtbereich auch Genehmigungen zu erreichen. Und die Energieeffizienz war auch sehr, sehr gut. Die Wartungsintervalle sind äußerst lang. Das heißt, einmal im Jahr werden die Turbinen gewartet. Ansonsten ist nur ein Luftfilterwechsel nötig. Und wir können nur sagen, dass die Mikrogasturbinen dort eine äußerst große Zuverlässigkeit haben. Die Wartungsintervalle Die Wartungsintervalle